Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Man merkt, dass die Medien aktuell nicht allzu viel zu tun haben, denn es gibt wieder sehr, sehr viele Transfergerüchte rund um Schalke 04, gefühlt werden aktuell jeden Tag drei, vier Namen genannt, die zu uns wechseln könnten. Und dazu gehört nun auch Timothy Tillmann, 23 Jahre jung, der jetzt letzt bei Kreuter Fürth in der Bundesliga gespielt hat, aber den Abstieg in Liga 2 nicht verändern konnte. Und jetzt sollen wir Schalke laut Area Sports net Interesse an dem ehemaligen Nationalspieler zeigen. Sein Marktwert liegt aktuell bei 1,8 Millionen und sein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Tillmann hat in der aktuellen Saison 28 Bundesligaspiele gemacht, ein Tor selber erzielt sowie drei weitere Vorbereitungen und könnte Fürth nun verlassen. Hat auch durchaus gezeigt, dass in der Bundesliga funktionieren kann. Ich finde, dass generell Timothy Tillmann ein spannender Spielertyp ist, hat ein gutes Tempo, eine feine Technik, aber kann es ja mit seinem Körper gut behaupten und vor allen Dingen kann er im Mittelfeld alles spielen. Also Achter, Zehner, Außenbahn, das deckt da durchaus auch alles ab und ist dann für mich sozusagen ein ähnlicher Spielertyp wie Florent Mollier. Nicht 1 zu 1 zu vergleichen, aber von den Positionen her eben schon und deswegen glaube ich, wird das Gerücht nur dann Sinn ergeben, wenn ihm der Deal mit Mollier platzen sollte, was ja immer noch möglich ist, aber aktuell sieht es eher danach aus, dass er für die Mittelfeld zentrale Mollier und Kraus hinzuholen und dann würde ich Timothy Tillmann schon eher ausschließen. Und ich glaube, wenn wir uns dann noch im Mittelfeld verstärken würden, wäre das zum einen eben mit Dong Zhongli die Laie zu verlängern und dann im besten Falle noch mit klassischen Flügelspielern, weil an sich haben wir dann noch genug Spieler, die eher zentrumsorientiert agieren. Trotzdem bin ich gespannt, ob an Timothy Tillmann was dran ist oder eben auch nicht. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.